Meine große Liebe. Mann, es war Liebe auf den ersten Blick. Oh, Mann. Ich bin so aufgeregt, ich konnte eine Woche nicht schlafen wegen meinem Auto. Das ist nur ein Auto. Du bist so neidisch, ich muss kurz anrufen. Wir sind fast da, ist mein Baby fertig? Komm vorbei, dein Auto ist fertig, wir decken uns jetzt ab. Alles klar, wir kommen. Bis gleich, Dicker. Was geht, Bro? Alles gut, Mann. Bist du bereit, Mann? Alles gut, Dicker. Ja? Ich zeig dir sein Auto, ja? Los geht's, Mann. Dieser Auspuff, dieses Hinterteil, üff, diese glänzenden Felgen, diese Farbe, wow, und diese Heckantriebe. Oh, shit, Dicker, da würd ich gern Öl draufmachen auf die Motorhaube und dann ... Ui, 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 weißt du nicht? Scheu ab, Mann, das sind meine Freundin, wie redest du über mein Auto? Dicker, das ist nur ein Auto, lass mich noch ein bisschen Spaß. Ja, komm, wo ist denn Dennis eigentlich? Oh, geil. Dennis, was soll ich schreien? Das ist mein Auto. Barry, ist doch gut, Mann. Ich weiß nie, wie da meine Freundin... Nein, mach ich nicht alles gut. Du, lass mich doch mal los. Guck mal, Dennis, es kommt auf die inneren Werte an. Wenn mir kalt ist, dann wärmt mich meine Frau. Und wenn ich mal Musik hören will, dann mach ich einfach meine Bose-Anlage an und dann knallt es so krass. Die inneren Werte sind viel wichtiger als die Folierung, die Felgen, das Hinterteil. Nein, denn der Charakter zählt. Der Charakter hält dich in der... Wo ist denn eigentlich Dennis? Dennis, was machst du das? Ich weiß gar nicht, was Barry sein Problem ist. Ich stehe einfach auf grüne Autos. Jeder hat seine eigenen Probleme. Ich verstehe sein scheiß Problem nicht. Ich weiß nicht, was soll das? Also, keine Ahnung. Ich glaube, jeder von euch hat diese Beifahrer als Kumpels. Und zwar diesen einen Beifahrer. Der sitzt neben dem Fahrer. Und zwar der Typ, der mit den Ellbogen angespitzt aus dem Auto gucken böse Menschen anguckt. Digga, was guckst du auf meinen Ellbogen, Digga? Nur weil du kein Beifahrer bist? Neidisch oder was, Digga? Guck mal woanders hin. Fahr weiter. Der Kumpel, der immer hinten sitzt und böse aus dem Fenster guckt. Ohne Grund. Fühl dich der Typ, der immer aus dem Auto schreit und Frauen anmacht. Lack, Mädchen! Lauf mal weiter. Was denkst du dir bei der Süße, Alter? Und ich verstehe das nicht. Wieso ist es immer so, wenn dein Freund dann endlich seinen Führerschein hat, sein Auto hat, dann ist er das Taxi und muss sich überall hinfahren? Digga, megageil, dass du jetzt ein Auto hast. Meinst du, du kannst nicht nach Hause fahren? Ich weiß ja, ich wohne am Arsch der Welt. Und übrigens, meine Mutter, die ist ja in Bremen gerade, die kommt da nicht weg. Die hat mir eben geschrieben, ja, ich sitze hier fest, der Zug fährt nicht. Wenn wir die noch einsammeln könnten, ich weiß, das ist für sechs Stunden Umweg, aber ich meine, du willst ja auch ein bisschen fahren lernen, deshalb wäre es mega, wenn du mit mir meine Mutter einsammelst und wir dann zu mir fahren. Vielleicht können wir dann noch ein paar bei meinem Onkel vorbei. Jetzt holen wir das Auto. Ich habe dir doch erzählt von meinem Onkel. Super Typ. Das wird einfach mal ganz kurz, hörst du mir zu? Du, Barry, kannst du mich nachher zum Training fahren? Und am besten dann draußen warten, weil ich will nicht, dass du zuguckst und dann abholen und dann wieder nach Hause fahren zum Training. Und ja, morgen auch und übermorgen auch, aber dann nicht mehr. Ist das okay? Jo, Leute, das war es mit diesem Video. Genau das Auto, was ihr gerade in diesem Video gesehen habt, das ist mein neues Auto. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr mein neues Auto findet und was für eine Farbe sollte mein nächstes Auto haben. Schreibt es mal bitte rein und folgt auf jeden Fall Dennis auf Instagram, Nelson auf Instagram folgen und auf YouTube, ganz, ganz wichtig. Und checkt mal Folienprinz ab, denn auf dem Folienprinz-Kanal gibt es auch ein Video, wo mein Auto dort gezeigt wird. Peace out. Alle Links in der Beschreibung.